Hallo Berg, Buchholz, wir genießen die Kommisschen hier. Ja, wie war denn der Tag des Dato? Ja, des Dato war der Tag eigentlich ganz interessant. Das hat heute schon für die CDU einiges gemacht, für den Wahlkampf. Aber ich möchte erstmal guten Tag zu Ihnen allen, die Sie heute gekommen sind. Manche wollen zuhören, die allermeisten. Die Menschen können überschreiten, auf diesen wunderschönen Platz. Ja, Frau Dr. Merkel, wie wichtig ist es Ihnen heute hier ins Erzgebirge zu kommen? Ja, mir ist es sehr wichtig, weil das Erzgebirge ein wunderschönes Stück Deutschlands ist. Und weil ich glaube, dass wir einiges geschafft haben, gerade hier in dieser Region, aber auch noch einige Probleme haben. Und mit uns sind ja hier der Ministerpräsident und der Bundesinnenminister. Ja, wir haben hier die Ministerpräsident. Das war's.